Willkommen, Hüter. Wir bieten unseren Kunden nur die besten Waren. Jedes Teil unserer Sammlung erzählt eine Geschichte. Doch leider stehen sie gerade nicht zum Verkauf. Durch die Rote Schlacht stehen wir ohne eine lebenswichtige Notwendigkeit da, die Schmiede. Wenn du also wirklich unsere Waren willst, dann verstehe alles. Wir wollen unsere Schmiede zurück. Willkommen in der schwarzen Waffenkammer. Wir wollen unsere Schmiede zurück.